Komm! Was ist denn das für ein Haufen? Alle hinsetzen und gucken. Aber ich brauche ein bisschen Zeit. Puh! Das ist auch eine geile Methode. Erst mal Gong und dann geschmeidig und locker rumgehen. Nein! Auch nicht! Abdelkarim? Das ist es! Oh Gott, es geht schon nicht los. Ich habe übrigens mit dem Abdel gesprochen. Wir waren der Meinung, dass von den Frauen bist du die Hüppste. Wie war das Adjektiv? Von den Frauen ist sie die Hüppste. Okay, hab ich dich doch richtig verstanden. Und von den Männern ich. Also ihr standet schon mit zur Disposition, aber kam nicht in die engere Wahl. Oh, bisschen fett geworden hier. Alter, ich hätte auch was ausziehen können. Wäre auch gut gewesen. Aber es ist schon geil, was er macht. Geiler Typ. Oh Gott! Äh... Ah! 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 Oh! Oh! Das ist genau! Bist du aus meiner Ecke, das klingt so, du kommst doch auch was. Da dann nicht lachen zu dürfen, das ist, das ist so nicht okay. Das ist, als wären so beide Gehirnhälften in der Lifttür eingeklemmt und man denkt sich so, ah, nimmt bitte jemand das Gehirn aus der Lifttür. Oh, es hört nicht auf. Geiles Ding, Alter, das will ich auch haben. Höchstlich! 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 Wenn die es nicht wollen, dann mag ich selber weiter. Die wissen das gar nicht zu schätzen, das ist es nämlich. Höchstlich! 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 Höchstlich!